Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado's Dream. Wir spielen heute Dead Space 1 und es handelt sich heute um diesen riesengroßen Gegner, über den möchte ich gerne sprechen. Und zwar die Viecher nennen sich Brute. Das sind riesengroße Necromorphs, die aus mehreren, sag ich mal, zusammen gebastelt sind, aber die eine mega Panzerung haben. Und ich werde euch jetzt erklären, wie ihr den auf Schwierigkeitsgrad unmöglich schnell besiegt. Und zwar werde ich erklären, wie gehe ich an die Sache ran. So, ich komme jetzt zum ersten Punkt, Waffe. Ihr solltet in diesem Spiel, wenn ihr auf unmöglich spielt, nur eine Waffe benutzen. Ich habe mich jetzt für das Sturmgewehr entschieden. Punkt 2, ihr müsst, um, sag ich mal, eine Chance haben, müsst ihr diese Waffe extrem aufrüsten. Das bedeutet im Zusammenhang, ihr müsst alles, was ihr in diesem Spiel findet, alle Ressourcen einsammeln, auch wenn ihr sowas nicht braucht wie, äh, Sauerstoffkanister brauche ich nicht. Nein, einsammeln. Ihr müsst das im Shop verkaufen, damit ihr genug Kohle habt, weil ihr werdet in diesem Spiel nicht genug Energieknoten finden, um die Waffe bis Kapitel 4 so aufzurissen. Ihr müsst wahrscheinlich auch noch ein oder zwei Energiekerne zusätzlich kaufen. Die sind auch sehr teuer, dass ihr das so hinkriegt. So, das war das. Ja, das war eigentlich alles, was man an der Stelle sagen kann zum Schwierigkeitsgrad unmöglich. Ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Legen wir los. So, hier startet ihr im Ernstfall. So, und jetzt zeige ich euch das. Ach ja, vergisst nicht, ihr braucht auch noch Stase. Mindestens einmal komplett Stase. Schaut. Und jetzt zeige ich euch das. Siehst, da habe ich doch einen Punkt vergessen, aber egal. So, jetzt komm her. Erstmal du Brood. Du riesengroßes Vieh. Gefährliche Anomalie. So, jetzt kommt er hierher. Stase draufknüppeln, rumrennen und direkt in den Rücken ballern. Frontal rauf. Nicht beeindruckend lassen von denen seiner großen Präsenz. Super. Hat er sich schon einmal erstmal zusammengekreuselt. Voll raufhalten. Alles, was ihr habt. Wieder Stase. Ey. Ey, was willst du hier? Wird mal hier stehen. Warum hat denn der nicht reagiert? Nochmal. Sehr lustig. Aber lassen wir so. Ich weiß auch nicht, was da los war, warum der nicht reagiert hat. Eigentlich habe ich gedrückt auf Stase. Ist ja nicht so schlimm. Haben wir noch die ganze Energie? Machen wir das Ganze doch nochmal. So, komm her. So, jetzt hat's aber. Ey, ey, ey. Okay. Rennen hinter ihn. Wieder draufdrömmeln. Wow. Ja, das mache ich doch. Jetzt klappt's aber. Jetzt kriegst du aber Stase. Warum nicht? So, jetzt. Wieso nicht, warum das nicht geklappt hat? Komm, gib ihnen alles, was du hast. So, das war's. Ja. Nochmal 5000. Als kleinen Leckerbissen. So. Das war's an der Stelle. So kann man den besiegen. Erstmal am Anfang ein kleiner Ausrutsche, ne? Äh, erstmal am Anfang ein kleiner Ausrutsche. Aber was soll's. Drauf geschissen. Macht's gut, euer Tornado. Ciao. Zum nächsten Gegner. Bitte einmal abwärts. Tschüss. Tschüss.